Wir haben es immer wieder probiert. Das steht hinten und vorne nicht. Also haben wir beschlossen. Du hast beschlossen. Wir verkaufen das Ding und zwar mit Ricardolino. Ganz einfach. Bote machen. Hinten von der Seite. Kameranderkompi anschliessen. Und einfach online stellen. Das ist doch viel zu teuer. Ja, das ist noch da. Weil mein Mann findet, ich sei gelahmig Ente. Das habe ich doch nicht so gemeint. So einfach ist das. Untertitelung des ZDF, 2020